So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ey, den Quatsch machen wir nicht mehr. Also, ihr seht schon, ich bin jetzt 224. Kurz und knapp. Was mache ich? Ist kein Clickbait. Ich verschenke wirklich Skins. Ihr seht's hier oben rechts, 17.310 V-Works jetzt. Denkt dran, mein Creator-Code hat sich geändert. Er ist jetzt schon noch Family Hack. Also wer da ein bisschen Liebe dalassen will, gerne eintragen. Und wie gesagt, kommt einfach in den Livestream bei Twitch, sammelt Kanalpunkte und schon bekommt ihr euren 800 V-Works-Skin oder spart noch mehr Kanalpunkte. Dann werden wir uns schon einig. Also wie gesagt, wer Bock hat, ein bisschen Support dazulassen, kommt einfach bei Twitch vorbei. Ich bin jetzt da immer noch dran und level jetzt noch ein bisschen meinen OG-Account. Den hier hab ich ja jetzt fertig. Der 224, rettet die Welt, klar, die V-Works noch abholen. Aber dasselbe will ich jetzt bei meinem alten Account noch machen. Also in dem Sinne, wer Bock hat, gern vorbeikommen. Link ist in der Videobeschreibung. Oder ihr sucht mich einfach auf Twitch, einfach unter Family Hack. Da werdet ihr mich auch schon finden. Oder halt Y und T ohne Unterstrich. Family Hack. Ist alles kompliziert. Ich will das Ganze nochmal ganz anders machen. Nämlich nur halt auf Twitch wieder nur Family Hack heißen. Auf YouTube Family Hack. Und gut ist so. In dem Sinne würde ich sagen, wer Bock hat, kommt gern vorbei. Und in dem Sinne, euch einen schönen Tag, eventuell bis gleich und haut herein.